Wir wollen uns nun mit der Wenn-Dann-Bedingung beschäftigen. Das heißt also, dass Excel für uns prüfen soll, sind bestimmte Bedingungen erfüllt und dann entsprechend der Bedingung die Ausgabe anpassen. Also ist die Bedingung wahr, dann soll dies passieren. Ist sie falsch, soll jenes passieren. Das gucken wir uns an. Wir haben hier wieder unsere Energiedaten der erneuerbaren. Link zu der Datei findet sich in der Videobeschreibung. Wir machen mal folgendes. Wir löschen aus dieser Tabelle alle Spalten raus, die nicht Photovoltaik sind. Also rechte Maustaste auf dem Zellnamen C und dann Spalten löschen, dass wir jetzt nur noch das Datum und die Photovoltaik haben. Wir wollen jetzt mal prüfen, scheint die Sonne. Ich schaue das mal oben drüber, Sonne-Fragezeichen. Markiere das mal FET. Und wie entscheiden wir das jetzt? Das machen wir ganz plump, indem wir sagen, also wenn die Photovoltaik keine Energie produziert, scheint keine Sonne. Also hier in den ersten sechs Stunden des Tages gibt es keine Sonne. Scheint die Sonne, dann produzieren die Photovoltaikanlagen in Deutschland auch Strom. Also um 7 Uhr ist die Sonne offensichtlich aufgegangen, die Sonne scheint. Das wollen wir jetzt prüfen. Das funktioniert mit der Bedingung oder mit der Funktion wenn. Das ist schon etwas ungewöhnlich, weil es halt sprachsensitiv ist. Darüber haben wir ja schon in der vorherigen Folge gesprochen. Im Englischen ist es natürlich ein if. Auch in allen höheren Programmiersprachen ist es if. Bei Excel ist es sprachsensitiv, also im Deutschen wenn. Wir öffnen die Funktion. Wir haben direkt hier wieder die Hilfe. Als erstes kommt der Wahrheitstest und dann getrennt mit Semikolon, was passieren soll, wenn der Wert wahr ist, ansonsten wenn der Wert falsch ist. Wir sehen hier das kleine Beispiel. Wir werden jetzt folgendes machen. Wir wollen also wissen, wenn der Wert hier gleich 0 ist. Darauf wollen wir prüfen. Das heißt, wenn keine Sonne scheint, wir keine Energieproduktion haben, die Energieproduktion der Photovoltaik 0 ist, dann haben wir Sonne. Dann sagen wir, das ist 0. Ansonsten ist es eine 1. Schließen die Klammer. Das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Na, das war nicht das, was ich wollte. Also hier nochmal dieses 1. Wir drücken hier mal Return, damit wir das jetzt sehen. Also wir sehen jetzt hier, wir haben die Bedingung. Wenn der Wert in der Zelle B2 gleich 0 ist, auch da wichtig, es ist nur ein gleicher Zeichen. In höheren Programmiersprachen sind es zwei Gleichheitszeichen. Hier ist es nur 1. Dann soll er eine 0 schreiben. Das ist das erste Semikolon. Ist der Wert, ist es wahr, ist die Bedingung wahr? Dann eine 0. Ist es falsch? Dann eine 1. Das ist genau umgekehrt, wie wir das, wie man sich das eigentlich vorstellt, eine 0. Wir können das auch umdrehen. Machen wir das anders, wo wir sagen Nacht. Dann wäre die Bedingung noch umgekehrt. Wir ändern das hier oben. 1 und 0. Also wenn der Wert in B2 gleich 0 ist, dann ist 1 Nacht. Ansonsten 0. Dann ist es Tag. Also so rum wäre es genau umgekehrt. Dann haben wir es entsprechend umgebaut. So ist diese Funktion aufgebaut. Wenn wir jetzt hier sagen, dieses Nacht. Das will ich nicht nach links kopieren, sondern nach unten. Dann sehen wir hier, hier entstehen die Einsen und hier kommt dann die 0, weil hier Energie produziert wird. Das heißt, hier ist diese Bedingung B9 gleich 0. Das ist diese relative Referenzierung. Dann haben wir die Nacht, weil diese Bedingung hier ja nicht wahr ist. Sie ist falsch. Mal aufpassen. B9 ist nicht 0, sondern 1. Und in der Zeile darunter, hier ist B10 258. Also springt er in den hinteren Teil. Das ist keine Nacht. Man kann das Ganze dann auch statt mit 0 nun 1en. Also wir können jetzt hier zum Beispiel auch wieder Summen bilden. Das sind ja Zahlen, die hier stehen. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir können hier auch Texte reinschreiben. Also wenn das hier gleich 0 ist, dann haben wir eine Nacht. Ansonsten haben wir Tag. Also wir können es mit den Texten schreiben. Da ist dann wichtig, wenn wir Texte schreiben, das kennt man von höheren Programmiersprachen, dann braucht man dort immer eine dieser doppelten Anführungszeichen, vorne und hinten. Also ist der Wert in der Zelle B2 gleich 0, dann schreibe Nacht hin, sonst schreibe ich ihn Tag. Dann sehen wir hier, schreibt er dann die Nacht hin. Wir kopieren es runter. Und entsprechend gibt es dort diese Markierung. Und wir können auch jetzt hier prüfen, wenn der Wert in der Zelle D2 gleich Nacht ist. Also das heißt, wenn ich das auf die Gleichheit prüfen möchte, dann setze ich dort wieder die Anführungszeichen. Wenn dem so ist, dann schreibe Lorem Ipsum. Ansonsten schreibe nichts hin. Wenn ich nichts haben will, dann brauche ich hier zwei Anführungszeichen. Also hier haben wir jetzt das Lorem Ipsum, weil hier ja Nacht steht. Wenn der Wert D2 gleich Nacht ist, dann Lorem Ipsum, sonst nichts hin schreiben. Wenn wir das jetzt hier wieder doppelt runter kopieren, dann sehen wir hier, hier steht nichts. Da ist also ein leerer String. Auch das kann manchmal ganz nützlich sein, dass man dann vielleicht mit Texten arbeitet, die dann einen leeren Zellwert übergeben. Wir sehen hier wieder, wir haben hier die Spaltenbreite nicht. Doppelklick auf den Rand, das kennen wir schon. Passt die Spaltenbreite entsprechend an. Die der Nutzen oder die Anwendung von dieser Wenn-Bedingung, wir haben das jetzt hier in der Hilfe schon gesehen, kann man auch sagen, wenn bestimmte Werte größer oder kleiner sind als andere Werte. Das heißt, wir können diese Bedingung nicht nur auf gleich prüfen, sondern auch größer oder kleiner. Ich mache mal ein Beispiel. Ich will hier mal den Mittelwert berechnen. Aus der Spalte B. Das haben wir ja schon gesehen, wie das funktioniert. Also das ist der Mittelwert. Schauen wir das mal daneben. Bisschen breiter ziehen. Also der mittlere Wert sind 6.313. Ich möchte jetzt folgendes machen. Ich möchte jetzt hier hinschreiben. Wenn dieser Wert größer ist als 6.313, dann schreibe groß, ansonsten schreibe klein. Also wenn es größer als der Mittelwert ist, dann soll er groß schreiben, ansonsten soll er klein schreiben. Also groß oder kleine Energieproduktion, dann sehen wir hier diese drei Bereiche sind groß. Warum? Warum? Weil der Zellwert 6640 ist größer als 6.313. Das heißt, er soll hier groß hinschreiben. Wir haben das jetzt hier gemacht. Wir haben das jetzt hier gemacht mit dem absoluten Wert. Das ist natürlich nicht ganz sinnvoll, sondern besser wäre hier zu sagen, er nimmt doch einfach den Zellwert, den wir hier in J2 stehen haben. Das heißt also, wenn B2 größer J2 ist, dann schreibe groß, sonst schreibe klein. Wenn wir das machen, passt das. Jetzt Achtung, bauen wir bewusst einen Fehler ein. Wenn wir das so machen, steht hier plötzlich groß und hier klein. Was hat sich verändert, wo ist der Fehler, dieser relative Verweis? Ihr geht ja hier, in der Zelle F2 ist ja die Formel gewesen, wenn B2 größer J2 heißt. Also wenn der Wert in der Zelle 1, 2, 3, 4 links davon größer ist als der Wert 1, 2, 3, 4 rechts von dieser Zelle, dann groß, sonst klein. Wieder diese relative Referenzierung, da haben wir schon drüber gesprochen, muss man aufpassen. Wenn man nämlich nicht aufpasst, hier prüft er nämlich, ist die blaue Zelle größer als die rote Zelle. Die rote Zelle steht nichts drin, also 0. Und damit ist diese Prüfung falsch. Es ist ja nicht größer. Aber hier, die 1 ist größer als nichts, also groß und nicht klein. Das heißt, was müssen wir hier machen, was ist hier der Fehler? Wir müssen hier die Dollarzeichen davor setzen, damit er diese Referenzierung auf diese Zelle, da gucke ich jetzt immer nach links leider, wenn ich hier nicht richtig klicke. Manchmal mag ja mein kleines Quadrat nicht richtig treffen. Jetzt haben wir es richtig gemacht, hier in der Zelle F14 steht drin, wenn B14 größer als das festgehaltene J2 hier oben dann groß, sonst klein. Was haben wir jetzt für Vergleichsoperationen? Also das Gleich haben wir, wir haben größer, wir haben kleiner, wir haben größer gleich, wir haben kleiner gleich. Das sind also diese Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt, man ändert dann hier entsprechend dieses Größer in Größer gleich. Man hat dann noch dieses, das Nicht, das heißt, wenn wir diese Werte nutzen wollen, ist etwas nicht gleich, also zum Beispiel, machen wir hier nochmal eine Spalte weiter, wenn dieser Wert nicht gleich Null ist, dann macht man dieses Ausrufezeichen, dann schreibe True, ansonsten schreibe False. So, was sehen wir jetzt hier? Dieses Dollar gleich ist nicht das. Das kennt man ja aus den Programmiersprachen. Er markiert ist jetzt direkt rot. Hier ist ein Fehler in der Formel. Was ist hier der Fehler? Der Fehler ist das hier. Das ist jetzt nicht, wie man das aus Programmiersprachen kennt, Ausrufezeichen gleich, sondern kleiner, größer. Dann prüft er auf Nicht und sagt dann False. Also Ist, das prüfen wir ja, ist B2 ungleich Null? Ist das wahr oder False? Und dann schreibt er entsprechend den Wert hin und das ist natürlich genau das, was wir hier wollen. Er schreibt unsere Zahlenwerte entsprechend hin, also haben wir hier nochmal kleiner, größer. Das ist dann die Prüfung, die an der Stelle erfolgt. Man kann jetzt bei dieser Wenn-Bedingung noch komplexere Bedingungen prüfen. Das wollen wir nochmal machen, indem wir jetzt hier unten in der Fußzeile mal uns eine neue Tabellenspalte erlauben. Dann klinge ich auf das kleine Plus. Dann entsteht hier ein neuer Wert oder eine neue Name-Tabelle. Ich zoome mal ein bisschen rein, damit man es besser lesen kann. Und dann kopiere ich jetzt hier Werte raus, die ich jetzt einmal aus der Zwischenablage hole. Das sind jetzt die Daten der Photovoltaik und der Windenergie. Also wir sehen jetzt hier wieder, passt nicht von den Spalten. Machen wir das mal einmal breiter. Also haben wir jetzt hier die Wind-Onshore und die Photovoltaik-Produktion. Wir können diese Tabelle vielleicht mal umbenennen in Wind und PV. Mal doppelt klicken und auf die rechte Maustaste umbenennen. Dann kriegt die hier unten einen neuen Namen. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt hier prüfen, ob mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Machen wir folgendes. Wir machen mal hier rechts die Mittelwerte. Und zwar von Wind und von PV. Also Mittelwert der Spalte B und der Mittelwert der Spalte C. Das sind jetzt die mittleren Werte der Photovoltaik- und der Wind-Onshore-Produktion an der Stelle. Und jetzt wollen wir folgendes prüfen. Wir wollen wissen, wenn die Werte in der Windspalte größer sind als dieser Mittelwert und gleichzeitig das logische mathematische und wenn diese Werte auch größer sind als dieser Wert hier, dann soll er, dann ist der Wert wahr. Also wie machen wir das? Wir haben hier, wenn, jetzt kommt dieser Wahrheitstest, jetzt wollen wir zwei Dinge prüfen. Nämlich ist jetzt der Wert in der Spalte B oder der Wert in B2 größer als der Mittelwert und gleichzeitig der Wert in der Spalte C. Wie machen wir das? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Funktion UND. Da sehen wir jetzt hier diese UND-Funktion. Wir sehen auch das Beispiel, wenn zwei Bedingungen gelten, die wir, oder mehrere Bedingungen, die halt mit dem Semikolon getrennt werden. Was wollen wir machen? Wir wollen also wissen, ist der Wind-Onshore-Wert größer oder gleich unser Mittelwert? Da müssen wir jetzt wieder aufpassen. Dollarzeichen. Und gleichzeitig soll der Wert in C2 größer oder gleich diesem Wert sein. Auch da brauchen wir wieder unsere Dollarzeichen. Wenn diese Bedingungen beide wahr sind, das ist halt das, was wir mit dem UND haben, dann soll er eine, dann schreiben wir mal WP groß. Ansonsten schreiben wir WP klein. Was sehen wir? Natürlich WP klein, weil wir hier bei der Photovoltaik eine Null stehen haben. Wichtig bei diesem mathematischen UND müssen beide Teilbedingungen wahr sein, damit der ganze Ausdruck wahr ist. Das kennt man ja aus der mathematischen Logik. Wenn wir das jetzt hier runter kopieren, stellen wir fest, nur hier am 01.01. um 11 Uhr haben wir ein WP groß. Warum? Die Windenergie mit den 11.899. Dieser Wert ist größer als dieser Wert hier. Und die 7744 sind größer als die 6312. Also nur dann ist unser WP groß. Die Bedingung ist erfüllt. Das heißt, hier schreiben wir mal dazu. Das ist diese UND-Bedingung. Das Gleiche gibt es noch für ODA. Das heißt also, wir machen das nochmal. Wir sagen wenn. Jetzt sagen wir ODA. Das ist das mathematische ODA. Da ist es ja so, es genügt, wenn einer der beiden Werte wahr ist und diese Bedingung wahr ist, dann ist die gesamte ODA-Bedingung wahr. Das ist eine etwas andere Bedeutung als das umgangssprachliche ODA. Also das entweder ODA. Hier ist jetzt gemeint, wenn einer der beiden wahr ist, mindestens einer der beiden. Es können auch beide wahr sein. Dann ist es wahr. Also machen wir das auch hier nochmal. Wenn das hier größer oder gleich unser Mittelwert ist. Wieder mit den Dollarzeichen. Oder dieser Wert größer ist als unser Mittelwert. Mit den Dollarzeichen. Dann schreibe hin WP oder groß. Ansonsten WP oder klein. Wir bekommen hier direkt eine neue Antwort. Wir ziehen das mal runter. Wir sehen jetzt hier, also direkt um 0 Uhr ist diese Bedingung erfüllt, diese ODA-Bedingung, weil diese blaue Zelle größer ist als die rote Zelle. Damit ist die gesamte ODA-Bedingung erfüllt. Und damit ist der Wert bei TRUE, also dieser erste Wahrheitswert, hinzuschreiben. Umgekehrt, wir sehen hier, haben wir einmal klein. Das heißt also, hier ist diese Bedingung nicht erfüllt, weil hier der blau markiert, diese blau markierte Zelle, die 8.312, sind nicht größer als M2 und die Photovoltaik ist auch nicht größer als N2. Also das lilane ist nicht größer gleich dem grünen und damit ist die gesamte ODA-Bedingung falsch und damit hat er den hinteren Teil seiner Wenn-Bedingung zu schreiben. Also damit kann man dann entsprechende Entscheidungen verknüpfen. Das geht dann auch noch deutlich komplizierter. Man kann es nicht beliebig viele, es gibt auch eine Excel-Tabelle, da sind dann 10 Wenn-Bedingungen ineinander verschachtelt. Man kann auch Wenn-Bedingungen miteinander verschachteln, also eine kleine Übung, die man mal selber machen kann, dass man diese Bedingung hier mal schreibt, nicht mit einem Und, sondern mit einer verschachtelten Wenn-Bedingung, also Wenn innerhalb von Wenn. Dann kann man entsprechend dieses gleiche Ergebnis bekommen, also eine kleine Übung, die man mal eben machen kann. Ich mache mal kurz Pause oder man kann das Video kurz pausieren und dann sich die Lösung gleich einmal angucken. Wie sieht die Lösung jetzt aus? Also ich mache mal hier Wenn-Wenn. Wir wollen also dieses Und-Nachbau mit einer verschachtelten Wenn-Bedingung. Also das müssen wir machen, wenn Wind on Shore größer gleich dem ist. Und zwar wieder mit unserem Dollarzeichen. Wenn das wahr ist, was soll er dann machen? Dann soll er prüfen und nur dann, ob auch die Photovoltaik größer ist. Also wenn die Photovoltaik größer gleich unserem Photovoltaik-Mittelwert ist. So, wenn auch das wahr ist. Also wir sind jetzt ja gerade in der Bedingung, wenn... Moment, hier ist eine Klammer, die müssen wir noch offen lassen. Also, was haben wir? Wir prüfen in der äußeren Wenn-Bedingung, wenn das wahr ist. Dann soll er hier reinspringen. Das heißt, er soll prüfen, ist die Photovoltaik auch groß. Das heißt, also hier ist W und P groß. Ansonsten schreibt er 0. Das ist unsere Wenn-Bedingung. Die wird nur aufgerufen, dieser Teil, diese Wenn-Bedingung, diese Funktion, wird nur aufgerufen, wenn die Prüfung von B2 größer M2, also blau größer gleich rot, wenn das wahr ist. Wenn das falsch ist, brauchen wir diese Prüfung gar nicht, sondern schreiben dann direkt eine 0. Wir ziehen das runter. So, und sehen hier, also, diese Spalte und diese Spalte, die müssen ja die gleiche Darstellung haben. Wir sehen, das passt auch. W und P groß. Weil hier, was passiert? Wir prüfen hier, wenn B13, die blaue Zelle, größer als die rote Zelle ist. Wenn das so ist, dann spring bitte hier in diesen Bereich rein. Und dann führt er diese nächste Funktion aus. Und prüft dann, ist C13, ist also die lila Zelle, größer als die rote in der grünen Zelle. Dann soll er das schreiben. Wenn die nicht so ist, dann schreibt eine 0. So kann man entsprechend diese Wenn-Bedingung ineinander verschachteln und hat das gleiche Ergebnis wie bei dieser Funktion. Und, man sieht also, es ist ein bisschen komplizierter. Im Grunde genommen der gleiche Aufbau, wie man das auch bei IF-Bedingungen in höheren Programmiersprachen kennt. Es sieht halt hier etwas verschachtelt und damit etwas kompliziert aus. Das Debuggen, die Fehlersuche ist nicht ganz einfach in Excel. Das geht dann, weil wir hier keine neuen Zeilen einfügen können. Das sind immer vollständige Funktionen. Das macht die Fehlersuche manchmal etwas kompliziert, wenn man sehr komplexe, verschachtelte, wenn-dann-Bedingungen hat. An sich ist es aber möglich, dort sehr komplexe Prüfbedingungen zu definieren innerhalb von Excel.